Die ATN Hölzel GmbH in Oppach wächst. Feiern Sie mit uns die Einweihung des Neubaus am Samstag, den 10. Mai von 11 bis 17 Uhr. Neben geführten Rundgängen können Sie sich ausführlich über die Arbeit eines Sondermaschinen- und Anlagenbauers informieren. In einem bunten Rahmenprogramm erwarten Sie unter anderem Infos zu Ausbildungs-, Studien- und Karrieremöglichkeiten. Die Radio Lausitz Hitbox, das Spielmobil des Querxenlandes, ein Überschlagssimulator und Kulinarisches aus den fünf Niederlassungsländern der ATN.